Wir konnten das erste Mal an Ostern, seitdem wir Hühner halten, unsere eigenen Eier färben. Schaut mal, sehen die nicht cool aus? In den letzten vier Jahren Hühnerhaltung hatten wir einfach immer zu wenig Eier, um an Ostern unsere eigenen Eier färben zu können und dann trotzdem noch genug für den alltäglichen Gebrauch zu haben, geschweige denn, das dann irgendwie noch an Freunde oder Verwandte verschenken zu können. Aber dieses Jahr hat es endlich geklappt, denn momentan haben wir ja elf Hennen, die Eier legen und da haben sich ganze 52 Eier in den letzten paar Tagen und Wochen ansammeln können. Die wir jetzt alle färben konnten. Wir haben die Eier mit so Tauchbädern ganz normal bunt gefärbt und danach mit Stickern beklebt, mit Tattoos beklebt, einfach nur bemalt, mit einer Eiermalmaschine bemalt und auch noch solche Schrumpfbanderolen drumherum gemacht. Und wenn man sich jetzt die bunte Eierschar anguckt, wo einfach jedes Ei wirklich individuell ist und auch eine eigene Form und Größe hat, ist das einfach viel, viel cooler, als wenn man gekaufte Eier färben würde. Oder was meint ihr? Vielen Dank auf jeden Fall an unsere fleißigen Hühner.